Hallo, hier ist der Martin von Manemann-Kies, das ist die Dachsanalyse für nun Freitag, den 14.07.2023 und unser Dachs wird sogar langsam ein bisschen übermütig. Der hat nochmal eine Schippe draufgelegt am Donnerstag. Ich glaube, da war der Hinweis ganz gut, dass man bei grünen Kerzen, Stundenkerzen besser nicht short geht. Der hat wirklich bis 1.80, 200 da oben noch durchgezogen und dort die erste Runde-Stundenkarte dann überhaupt geworfen und sogar einen kleinen Rücklauf eingeleitet. Aber soll erstmal egal sein, oder was heißt egal, ist es nicht, wir sprechen später gleich drüber. Jetzt ist erstmal wichtig, wir hatten gestern darüber gesprochen, dass diese Bewegung von Mittwoch für mich ein bisschen als Pendant zu diesem Vorwochendonnerstag wirkte. Dieses Brachiale unten raus, wofür alle klar war, Mensch, der ist jetzt soweit gefallen und das wird jetzt richtig böse, aua, aua. Und dann ging es den Gang zurück und ich hatte gesagt, dass ich mir sowas hier auch gut vorstellen könnte, auch insbesondere der Bereich ja auch dafür prädestiniert eben wäre. Und wie hat einer der bei uns im Monkeys-Chat immer mal wieder beobachtete Live-Straider auf YouTube heute von sich gegeben, massive Rallye-Konto-Platt. Und das habe ich in so vielen Jahren, wie ich DAX-Trader noch nie erlebt. Also zeigt es schon, dadurch, dass wir diesen wirklich gar keinen Rücklauf drin haben, dass es hier auch wirklich einige jetzt an die Wand geklatscht hat. Und ich bleibe dabei, hier ist sowohl in der bullischen als auch in der bärischen Variante ein Rücklauf überfällig. Ja, der Markt ist jetzt temporär überkauft. Es ist sehr stark zurückgekommen, hat jetzt hier fast ein V rausgemacht. Und wir können ja mal ein bisschen nochmal in die gestrige Skritze reinschauen für eine bullische Bewegung. Dieses 3 runter, dann hoch, zack, zurück und weiter oben raus. Wenn wir das jetzt hier anschauen, das ist dieses 1, 2, 3 runter. Jetzt die nächste, zack, selbst in der bullischen Variante, sollte man hier nochmal einen Rücklauf einplanen. Und ich würde da wirklich Augenmerk hinlegen und mich verhalten auf Longs. Also das ist kein Bereich mehr, wo ich jetzt hier großartig die Longs noch reinknallen würde. Hier ein Bereich, wo ich ein bisschen vorsichtiger werde, wo man vielleicht auch Longs realisiert, wenn man noch welche drin hat. Und sich auf einen Rücklauf einstellt, weil die können hier nochmal deutlicher werden. Gerade jetzt von hier oben, wir haben ja hier oben eine rote Stundenkerze gekriegt von der 16.180 weg. Die erste überhaupt im Tag. Hätte an sich ein Rücklaufrisiko bis Trendkante. Trendkante ist jetzt bei 16.20. Und das ist schon mal erstmal ein Meter. Das heißt, wenn er Freitag abkippt und er macht gar nichts drüber und er arbeitet unter 16.1.30 raus, sollte man das mit in Erwägung ziehen, dass er bis 16.20 abgeben kann. Und wenn er dabei sogar richtig auf den Dampfkessel draufhaut, dann sind sogar 59.49 möglich. Ich würde persönlich eher denken, dass das so wie diese Abendbewegung nach unten sehr zäh von sich geht, wenn er denn überhaupt fällt. Ja, wenn er überhaupt unter 1.30 fällt, dass das dann eher träger wird. Und der hier irgendwie so, das kennt ihr bestimmt noch aus älteren Videos, das haben wir so lange nicht mehr gehabt, weil wir die Wochenkonstellation lange nicht hatten, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag durchgestiegen sind. Das gab es sehr lange nicht. Aber in den Fällen, wo das so war, hat der Markt oft Donnerstag sein Hoch hier gebildet. Jetzt haben wir heute auch an den Premiumabdienst immer intensiver darauf eingegangen. Meist so um die 15.30 rum. Es war jetzt hier 16 Uhr. Das spielt aber dann keine Rolle. Es passt trotzdem sehr gut. Er ist von dort zurückgegangen. Und dann sieht man oft diese Freitage, die so ganz komisch fallen. Man hat nicht den Eindruck, der fällt. Und man denkt die ganze Zeit, der zuckt jetzt hoch und der dreht sich auf und der macht jetzt nochmal ein neues Hoch. Und dann kippt er trotzdem weiter. Und dann kippt er so ganz langsam, so ein bisschen fies eigentlich runter, dass die, die Short drin sind, denen geht das nicht schnell genug, die steigen dann aus. Und dann suchen die Leute eher long und stehen plötzlich in einer Bewegung long drin, die aber gar nicht mehr nach oben kommt. Also das wird in meinen Augen hier jetzt tatsächlich am besten passen. Vielleicht sogar ohne neues Hoch drüber. Da müsst ihr nicht mal neues Hoch machen. Hier schön runterklettern. Und dann wäre auch für die kommende Woche ein bisschen einfach, naja, ein bisschen Verwöhrung gestiftet halt. Wenn er dann nämlich am Montag auch noch tief startet, dann verunsichert das erstmal wieder die richtige Leute. Und so würde ich es fast am meisten erwarten. Das würde für mich am meisten Sinn ergeben für den Markt. Ihr kennt das, der läuft an sich immer wieder die Pattern ab, die er schon immer mal bespielt hat. Da sind immer wieder Wiederholungen drin. Sondern es ist eigentlich, du findest so eine Chartbilder, findest du auch, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahre zurück. Könnte man sich auch ein anderes Donnerstagsvideo rausgucken. Das ist immer wieder ähnlich. Und deswegen würde ich sowas einfach dann auch mit einplanen und erwarten. Aber ich möchte halt auch wirklich sehen, dass er dann weiter kippt. Das ist jetzt die erste rote Stundenkerze gewesen. Die kann das jetzt eingeleitet haben. Aber er muss jetzt hier eben dann auch weiter runter und unter 1,30 Uhr dann dieses besagte Verhalten zeigen, dass er eben so komisch abfällt. Dass er wirklich so dieses Runterkleckern macht. Und das kann der den ganzen Tag aussehen. Da muss man ein bisschen aufpassen dann, dass man da nicht zu viel Longen drinne sucht. Jetzt, wo der Markt dann anfängt zu fallen. Ja, weil man zu spät erst auf den Longen-Trichter gekommen ist, vielleicht die ganze Zeit durchgeschortet hat, jetzt ausgestoppt ist. Jetzt denkt man sich, man muss jetzt hier Longen suchen und macht das in der erstbesten Rückwärtsbewegung. Das geht oft in die Hose. Sollte er aber nicht unter 1,30 Uhr arbeiten und auch nicht abcrackern, sondern brachial aufdrehen, hochhupfen, über 1,80 Uhr wieder drüber gehen. Dann haben wir hier nochmal so um 2,30 Uhr in der Zone. Da ist auch hier noch ein altes Gap. Ja, das ist im Bereich um 2,15 Uhr und hier oben die 3,40 Uhr. Das ist auch noch ein Gap-Plus. Aber ihr seht auch hier eine Trendlinie, die hier nochmal anfliegt. Ja, also 2,30 Uhr, 2,15 Uhr. Das wird erst mal ein Knackpunkt. An dem kann er sich ganz schön verausgaben auch. Könnte auch von dort nochmal deutlicher zurückstreben. Oder eben, wenn er dann da rüber kommt, halt wirklich dann rein bis zum Gap-Plus hier noch bei 3,40 Uhr. Das sind die Optionen, die er auf der Oberseite hat. Sollte man hellhörig werden, wenn wir oberhalb von 1,60 Uhr 1,80 Uhr notieren, notieren wir unterhalb von 16,1,30. Nehmt man ein bisschen die 16,20 in den Fokus. Ja, 16,20, 16,50 so in dem Drehraum. 16,000. Also die Zone hier, die ist sehr, sehr, sehr interessant für den Rücklauf. Auch um nochmal hochzuzucken. aber wenn er es so macht, wie er es oft gemacht hat dann rutscht er uns wahrscheinlich einfach hier jetzt wirklich den ganzen Tag so ein bisschen in die Krochdrehe, das muss nicht schnell sein das sieht man öfter wenn er es so spielt wenn wir das so sehen richten wir uns danach und wenn nicht, wird das gehandelt, was kommt wir können uns das nicht aussuchen müssen uns nach ihm richten, DAX gibt vor aber wir können uns ein bisschen drauf vorbereiten bis wohin das ein oder andere Setup dann eben genommen werden darf ja, so ansonsten das habe ich euch glaube ich gezeigt gerade ja genau, da haben wir drüber gesprochen, da wollte ich nochmal drauf gucken genau, das war mir wichtig und ne, dann haben wir alles durch haben wir alles durch, Tagesschart hatten wir auch drauf geguckt SKS ja, normalerweise müsste man die SKS negieren ich bin aber nicht so ein Freund von, weil der DAX macht SKS-Formationen immer hässlich das löst die eigentlich, kann ich mich nicht erinnern dass der eine SKS-Formation schon ordentlich ausgelöst hat der läuft oft bis in die Mitte nochmal von der SKS komplett rein also so wie man es nach Lehrbuch nicht macht und spielt sie trotzdem noch aus also hier würde ich sagen, ist noch nichts vom Tisch halt ne, also gerade jetzt noch ist es ein tieferes Hoch ich bin gespannt, wie das ausgeht ne, das ist wenn der jetzt am Freitag runter macht ey, sitzen sie alle da, der Analysten ja, und wissen nicht, ob du oder heute es würde so geil passen ich würde es mir fast wünschen, dass es macht aber es ist kein Wunschkonzert der DAX legt vor wir gehen mit also es würde auf das es würde auf das Spiel wirklich gut passen jetzt hier am Freitag schöne Umkehr rein tieferes Hochgestellt SKS ja angetriggert Rücklauf das wird eine spannende nächste Woche also ich bin sehr gespannt drückt euch die Daumen dass ihr am Freitag hier noch ein paar Punkte rauskriegt und handelt das, was ihr seht stellt euch nicht dagegen wenn ihr seht, der ist brutal stark dann muss man da nicht da sitzen und sagen der muss jetzt aber drehen ich gehe jetzt hier short der dreht doch eh das ist Quatsch das ist Geldverschwendung das kann man sich klemmen einfach warten, bis ein Signal wirft einsteigen und probieren und wenn das nicht angenommen wird von Marc dann raus und entweder mit ihm mitgehen oder sein lassen zugucken halt aber nicht gegen den Markt ankämpfen das macht man nicht das bringt auch nichts unterm Strich das bringt stellenweise immer mal hey du hast ja doch recht gehabt aber unterm Strich hat der Markt öfter recht von daher kann man sich das gleich klemmen spart man sich cool spart man sich Zeit kann man das alles sein lassen gut Freunde ansonsten noch der Hinweis ich habe noch immer technische Störungen hier bei mir auf dem Gerät das heißt mit dem E-Mail ist es ein bisschen schwierig ich probiere mal ob ich ja das andersweitig hergerichtet kriege dann ich probiere mal ob ich direkt über den Server dass ich zumindest mal bei den Seminarleuten reingucken kann auch dass die eine Antwort kriegen und was ansonsten Offenes ist wir hatten einige die sind jetzt schon bei WhatsApp auf uns zugekommen richtig so nutzt das also die Premium Leute wenn ihr was Dringendes habt greift gerne auf WhatsApp zu wer da noch auf eine Antwort wartet ansonsten probiere ich mal von hinten ran auf die Postfächer zuzugreifen dass ich vielleicht doch noch mal ein paar Antworten auch rausschicken kann zum Freitag aber das wird dann eher gegen Abend das heißt wer noch tatsächlich eine Antwort von mir erwartet innerhalb vom Freitag am besten WhatsApp oder Chat bei uns einfach dort reinknallen dann beantwortet das mal so oder ihr wartet halt noch das Wochenende ab bis nächste Woche sollte man das dann proben kriegen und fertig ist aus ich wünsche euch Spaß gutes Gelingen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss 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 tschüss